Ich habe ein Déjà-vu, Déjà-vu, Déjà-vu. Hallo Leute und willkommen hier bei MiAppleCat. Ja, Déjà-vu, wieso denn nur? Naja, ich sag's euch mal, ich bin hier angefragt worden, ob ich die Dudius Zeus AR True Wireless Kopfhörer testen will. Schon mal ein sehr geiler Name. Und da habe ich natürlich gerne zugesagt, habe aber nicht genau hingeschaut. Und als ich die ausgepackt habe, dachte ich, hmm, warte mal Mike, die kennst du doch, die Kopfhörer. Ja, das hier sind meiner Meinung nach genau die gleichen wie die Soundpeats, die ich bereits getestet habe. Die sehen 1 zu 1 genauso aus. Gleiches Ladecase, gleiche Form. Der einzigste Unterschied, den ich hier finden konnte, ist hier der Aufdruck. Der sieht anders aus. Ansonsten ist das hier 1 zu 1 das Gleiche. Von daher kann ich direkt hier oben auf mein Review verlinken und könnte an der Stelle hier Schluss machen. Aber ich will euch dennoch hier die Vor- und Nachteile mal ganz kurz schildern, die diese kleinen, echt kabellosen Kopfhörer hier mit sich bringen. Zum einen, ich fange direkt mit dem Positiven an. Der Preis, 30 Euro, das ist echt günstig. Und dafür bekommt man sehr schöne, kleine, kompakte Kopfhörerchen, die man sich schön ins Ohr packen kann. Also ich finde die vom Tragegefühl echt angenehm. Die stören nicht, die halten gut. Es gibt hier auch noch in der Box so Ersatzohrstöpsel, die man sich drauf machen kann. Ja, hier also groß, mittel und klein. Die mittleren sind drauf. Die passen für mich schon optimal. Aber wenn ihr andere Ohrformen habt oder Ohrgrößen, dann könnt ihr hier noch was von den anderen Nupsis drauf packen. Mitgeliefert wird auch noch ein Micro-USB-Kabel, ein kurzes. Und natürlich hier auch noch eine Anleitung. Braucht man aber gar nicht so direkt. Denn die Bedienung hier, die ist echt kinderleicht. Hier ist verbaut Bluetooth 5.0. Das heißt, das Koppeln ist eine echte Freude. Zeige ich euch gleich noch. Wir haben einen Button jeweils hier dran an den Kopfhörerchen. Einmal rechts, einmal links. Einmal drücken Play. Nochmal drücken Pause. Doppel drücken. Vor-zurück springen. Und Telefonate ablehnen und annehmen. Ganz standardmäßig. Dann haben wir hier auch noch ein Mikrofon drin verbaut jeweils. Dass ihr auch gut damit freisprechen und telefonieren könnt. Und hier vorne gibt es da noch die kleine LED, die dann die Kopplungsanzeige zum Beispiel anzeigt. Oder wenn der Akku leer geht. Was auch ganz positiv ist, finde ich, ist hier die Akkulaufzeit. Da sind gerade mal 43 mAh drin in so einem kleinen Kopfhörer. Also hier 43, hier 43 und damit kommt man, der Hersteller sagt, 4 Stunden hin. Ich sage mal eher so 3 oder auch 3,5 Stunden kann man hiermit gut hören. Und dann müssen die nochmal in die Ladebox. Und die Ladebox, ja, sehr, sehr simpel. Wir haben hier keinen Deckel, keinen Knopf. Hier gibt es eigentlich gar nichts, außer hier innen drin die Ladekontakte und eine Anzeige für links und rechts. Sieht man auf den Kopfhörern hier in der Innenseite. Und dann packt man die einfach hier rein und die sind magnetisch dann hier drin festgehalten. Ihr seht, die schnappen quasi direkt in Position und dann beginnen die hier auch zu laden. Da sieht man es. Und in knapp 90 Minuten sind die dann, wenn sie leer sind, auch wieder voll aufgeladen. Und man kann sie vier bis fünfmal aufladen. Das heißt, ihr kommt hier mal gut auf 15 Stunden Abspielzeit inklusive Ladecase und der Ladung hier der beiden Kopfhörerchen. So sieht es aus, wenn die laden. Das Case selbst lädt man dann einmal hier über den Micro-USB-Anschluss auf, hier rechts und links. Das ist auch eine kleine LED-Anzeige. Grün und rot wird angezeigt. Also dann sieht man, wenn da voll aufgeladen ist. Soweit alles gut. Das Case ist super leicht. Wirkt auch jetzt vom Kunststoff her nicht besonders hochwertig. Das ist einfach, ja, funktional gehalten. Sagen wir es mal so, 380 mAh groß ist der eingebaute Akku hier drin. Input 5 Volt, 1 Ampere zum Aufladen. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Und zum Rausnehmen greift man dann einfach hier so rein, schlups und nimmt dort die Kopfhörerchen raus. Das klappt also wunderbar. Und beim Reinlegen, das ist auch 1A. Sehr schöne, starke Magnete. Da kann man schütteln und da fällt auch nichts raus. Also ein sehr funktionales Ladecase. Jetzt zeige ich euch mal, wie das mit dem Koppeln hier funktioniert. Denn wenn ich hier mal die Kopfhörer rausnehme und ich hatte die schon einmal gekoppelt, dann verbinden die sich hier direkt automatisch wieder mit meinem iPhone. Da könnt ihr es sehen. Kopfhörer sind verbunden. Und wenn ich jetzt hier mal rübergehe, bekomme ich hier natürlich auch schön eine Akkustanzanzeige von den Dudius Zeus Air. Also das Koppeln hier mit Bluetooth 5.0, das klappt echt super. Man muss sie im Prinzip nur einmal verbinden. Und wenn man sie dann immer hier aus dem Ladecase rausnimmt, koppeln die sich automatisch. Und dann kann man, wie gesagt, so drei, dreieinhalb Stunden hier den Sound genießen. Der ist auch völlig in Ordnung. Erwartet bitte hier keinen Bass. Bass gibt es nicht. Also dafür sind die einfach zu klein. Und gerade bei der Preisklasse hier, das ist nichts. Man kann damit Musik hören. Aber so richtig toll ist Rockmusik hören hiermit jetzt nicht. Aber ansonsten ist der Ton hier völlig in Ordnung. Da gibt es keine großen Negativpunkte. Negativpunkte, was ich gehört habe oder was mir aufgefallen ist. Ich habe hier ein leichtes Grundrauschen. Gerade wenn ich sehr, sehr leise auf niedriger Lautstärke mir was anhöre. So abends im Bett liege, höre mir dann ganz leise ein Hörbuch an oder so. Da fällt mir hier ein leichtes Grundrauschen auf. Ansonsten völlig in Ordnung. Ein kleines Problemchen habe ich noch. Das habe ich auch schon bei den Soundpeats gehabt. Und zwar, wenn ich mir hier Videos drauf anschaue auf YouTube, dann habe ich hier immer eine leichte Verzögerung drin. Die ist nicht allzu groß, sagen wir mal eine halbe Sekunde. Aber es fällt dann eben doch auf, wenn irgendwo mal zum Beispiel so ein Geräusch zu hören ist oder jemand stellt was hin. Und eine halbe Sekunde später hört man dann erst das Klack vom Hinstellen. Das bitte im Hinterkopf behalten, Leute. Es gibt hier eine leichte Verzögerung, warum auch immer. Ich würde sagen, dass hier sind die optimalen Kopfhörer, um Hörbücher zu hören, um Podcasts zu hören oder um auch mal so ein bisschen Musik zu hören. Aber für so richtig audiophile Leute ist das hier nichts. Wenn ihr super powervolle Bassmusik haben wollt, nee, dann greift bitte hier zu was anderem. Aber ansonsten finde ich, sind die hier genauso wie die Soundpeats schon echt sympathische kleine Kopfhörerchen. Denn ich mag sie, günstiger Preis und sie haben noch einige Pluspunkte. Die kleinen Minuspunkte habe ich euch eben schon benannt. Und viel mehr gibt es auch gar nicht zu sagen, Freunde. Ich war bei den Soundpeats etwas ausführlicher. Ich verlinke euch das Video auch hier unten in der Videobeschreibung. Schaut es euch da nochmal an. Es ist einfach genau das Gleiche. Das hier ist irgendwie ein Großmarktprodukt, was dann hier umgelabelt wurde von den verschiedenen Herstellern. Und von daher gibt es hier keine großen Unterschiede zu berichten. Ich finde die für den Preis eigentlich in Ordnung. Zum Video schauen sind sie nicht so gut. Aber man muss halt schauen, dass man die dort einsetzt, wo ihre Stärken liegen. Oder man schaut sich einfach sonst wo um. Denn ich habe schon viele getestet, viele Kopfhörerchen. Ihr findet auch die Playlist hier in der Videobeschreibung und hier verlinkt. Und natürlich auch verlinke ich euch diese kleinen Kopfhörerchen hier direkt zu Amazon. 29,90 Euro. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Also schlecht finde ich die nicht. Sie haben ihre Stärken, sie haben ihre Schwächen, aber irgendwie mag ich die Teile. Ich habe die sehr viel benutzt, um abends mir das Hörbuch im Bett noch anzuhören und dann damit auch einzuschlafen. Weil die eben auch schön die Geräusche abschirmen, weil die wie so Ohrstöpsel halt richtig ins Ohr reingehen. Und ja, dann kann auch derjenige, der gerne mal aufschreckt bei irgendwelchen Geräuschen wie ich, dann getrost und beruhigt damit einschlafen. So Leute, ich hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer MiAppleCat. Macht's gut!